Und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend oder gute Nacht, je nachdem was ihr oder wie ihr es gerade schaut, zu Modern Skyblock 3. Ja, willkommen zurück. Ich habe schon ein bisschen im Voraus gecraftet, so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die Rotary Condensentrator. Ist jetzt nicht super schwierig herzustellen, ist einfach nur ein Basic Fluid Tank, Basic Gas Tank, relativ basic stuff. Und ich habe mir einen Acquias Accumulator gebaut. Ich wollte erstmal gucken, ob wir überhaupt bauen können, können wir bauen. Und damit sollten wir eigentlich das Wasser hinbekommen. Und dann habe ich mir noch ein paar Kabelchen gebaut. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich brauche noch Stromkäbelchen. Und die bauen wir jetzt noch eben ganz kurz einmal fix. Dafür brauche ich aber nochmal ganz kurz Mechanism. Und dafür brauchen wir, das sind die RF-Kabel, ne? Ach, das ist mit Redstone, okay. Äh, wie können wir nicht bauen? Basic Universal Cable. Ach, ich bin natürlich nicht in dem, ich wollte gerade sagen, warum ist das Rezept gesperrt? Und davon bauen wir nochmal 32. Ich habe jetzt noch ein paar mehr hiervon gemacht, aber die können wir dann theoretisch auch erstmal dann vernachlässigen. So, das heißt einmal erstmal 32 von denen. Dann 32 auf der Upgrade Stufe. Und last but not least 32 auf dieser Upgrade Stufe. Wunderbar. Und jetzt sollte ich eigentlich soweit alles haben. Deswegen schmeißen wir mal den ganzen anderen Rest einfach mal hier wieder in unsere Kiste mit rein. Und dann sollte das auch erstmal soweit passen. Dynamic Tanks brauchen wir nicht. Da kommt noch ein bisschen was von rein. Hier haben wir noch die zwei Wasserdinger. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben es soweit geschafft. Ähm, lasst uns gucken, wie wir das Ganze aufbauen. Da bin ich jetzt echt noch gespannt. Ich überlege gerade, ob ich nicht sogar vielleicht, ähm, probieren sollte, ob wir das nicht in so einem Maximum, ähm, oder in so einer Maximum Compact Machine reinbekommen. Das wäre eigentlich ziemlich cool, oder? Wäre das nicht was? Ich weiß noch nicht, welche Größe ich brauche. Ähm, da müsste ich nochmal ganz kurz eben schauen. Hauen wir dann dieses, da haben wir das Ding. Fähig eigentlich, glaube ich, nicht so verkehrt. Ich würde es mal ausprobieren. Äh, ich muss noch ganz kurz gucken, was haben wir da noch für Größen? Weil das Ding, was wir da hinten haben, ist ja eigentlich schon fast zu groß. Wir hätten noch eine 9x9 oder ein 7x7. Ich glaube, ein 7x7 wäre ganz gut. Oder ein 9x9. Ich nehme mal den, ach, das ist eigentlich bloß vier Maschinen. Reicht da nicht ein 7x7? Ich glaube, ein 7x7 reicht dafür aus. So, komm mal her. Wir bauen die, oh, da brauche ich noch die Eingänge gleich für. Aber das kriege ich hin, das kriege ich hin. Obwohl, sollte ich mir vorher holen. Sollte ich mir nochmal vorher schnell bauen. Da gibt es nämlich noch Interface-Teile, die wir noch brauchen werden. Jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie die kompakte Maschine. ne, ähm, compact, da finden wir die Teile. Ähm, aber wo sind die, die Inputs dafür? Ja, mal, add compact, da sind sie. So, Tunnel, Redstone und normales Tunnel. Used to Control, Wall Blocks bis Outside, ähm, Compact Machine Phase. Ich glaube, es gibt bloß die, wir brauchen bloß die hier, ne? Ich glaube, wir brauchen bloß die hier. Da kriegen wir zwei Stück. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen bloß eigentlich Strom und eventuell einen Output. Hätte ich jetzt gesagt. Einen Output und einen Strom. Und damit kriegen wir eigentlich alles raus, ne? Das heißt, ein Hopper, acht Redstone. Ach, die sind hier im Umkreis. So eine Compact Machine Wall und dann nochmal ein Redstone zum Auslösen. Also im Prinzip 9. Ich weiß nicht, ob wir noch so eine Wall haben. So eine Wall wäre aber im Prinzip ein Eisenblock mit Redstone. Eisenblock mit Redstone. Können wir also zur Not auch machen. Beziehungsweise mit einem Redstone um drauf und einen zum Auslösen. Also so zwei Redstone. Ähm, was braucht man noch? Und einen Hopper. Einen Hopperchen brauchen wir auch noch. Haben wir noch eine Kiste? Ähm, ich sehe gerade keine. Haben wir nicht jetzt Folge einfach so wie Kisten da um? Ich würde sagen. Wir haben doch, wir haben doch Kisten hergestellt. So, dann einmal ein Hopper noch hergestellt. Und dann müssen wir gucken, ob wir da hinten eventuell noch welche von den, von den Walls drin haben. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wie gesagt, zur Not, es ist ja nicht, ah, wir haben sogar noch welche. Okay, perfekt. Äh, so, dann lass uns mal eben kurz gucken. Also wir brauchen mal einmal kurz die Mitte. Setzen dann erstmal da die falsche, den falschen Block hin. Wie wir das natürlich auch fein kennen. So, ach, ich hab ihn gar nicht dabei. So, nehmen wir das, das. Das andere machen wir gleich. Den in die Mitte, den oben drauf, dann einmal Redstone drumherum und bam, läuft. Läuft, läuft, läuft. Das Ganze wird wieder schön gescannt und sollte uns gleich das gewünschte Ergebnis geben, nämlich zwei von diesen Tunnels. So, ich weiß nicht, ob wir die noch umändern müssen zwischen Redstone und sonstiges oder ob das automatisch funktioniert. Aber ich glaube, es funktioniert automatisch. Wo ist denn jetzt meine, meine Box hingestellt? Habe ich die hier schon hingestellt gehabt? Ja, die habe ich schon hingestellt gehabt. Natürlich, 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 sieht er direkt. So, gucken wir mal. Wir gehen erstmal rein, nur mit einem Rechtsklick logischerweise. Na komm. Er muss jetzt erstmal wieder eine Welt generieren. Ja, das sollte reichen, das sollte reichen. Shift-Rechts-Klick setzen wir unseren Punkt. Und jetzt können wir gucken, wie wollen wir, beziehungsweise wo wollen wir unseren Aus- und Eingang haben. Das eine wäre Strom. Den hätte ich jetzt gesagt, packen wir einfach hier hin. Ah, kann ich das irgendwie hier mit wechseln? Ah, North, South, West, East und raus. Down. Ja, Down ist auch logisch. Ach, okay, krass. Ich dachte, wo man die an die Seite packt, ist automatisch das. Aber man kann die scheinbar hier noch durchschalten, wo man sie haben möchte. Und den anderen hätte ich jetzt einfach gesagt, ballern wir an die Decke. Keine Ahnung, ich ballere den erstmal an die Decke. Ab. Das sollte passen. So, maschinentechnisch. Wir brauchen erstmal Strom. Strom ist der ganz rechte. Ach, okay. Ich schalte den nämlich automatisch durch. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. So, wir machen Strom. Sehr gut. Und darauf würde ich die Maschinen setzen. So, ich verpflanze hier mal ganz kurz ein bisschen Strom an den Seiten hin. Ähm, und wir brauchen zum einen erstmal den Electronic Separator. Den hier, ne? So. Das sieht alles ein bisschen, wird schon ein bisschen enger gerade. Aber, ein Augenblick, ich brauche noch was. Ich brauche noch ein paar Building Blöcke. Muss ja nicht hübsch aussehen. Das reicht ja, wenn es funktioniert. Also nach dem Motto. So, lass uns mal ganz kurz eben gucken. Ich glaube, ich würde das Ganze noch ein bisschen nach hinten, glaube ich, bauen. Bin ich mir aber auch nicht so hundertprozentig sicher. Wir nehmen einfach mal hier Cobblestone 64. Davon haben wir eh genug. Dann nutzen wir auch mal, wie wir hier diese Compact Blöcke. Wenn wir so eh schon welche davon haben, können wir da auch mal ein paar Maschinen drin abbauen. Oder drauf aufbauen. Mal gucken, ob das so weit funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Äh, die Frage ist, kann ich da Wasser von unten zum Beispiel reinfüllen? Das wäre eine sehr gute und auch Frage. Nach Top haben wir jetzt den Output. Ja, okay. Das heißt, ich brauche jetzt im Prinzip hier, hier, da, da, da und da mal ganz kurz eben ein Block. Jetzt habe ich zwar bloß für zwei erstmal, ähm, hier Platz, aber das passt auch so weit. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz eben. Hier fühlt sich das nicht mit Wasser. Hat den folgenden Grund. Weil, ach, okay. Jetzt füllt er. Füllt er den auch? Den füllt er auch. Perfekt. Jetzt kann ich den hier im Prinzip auch auffüllen. Oder ich könnte das weglassen, weil da nicht zwei reichen, glaube ich, vollkommen. Dann haben wir hier ein bisschen Platz eben, kurz mit Arbeiten. Äh, das war natürlich jetzt nicht so clever. Der muss natürlich da bleiben. Okay, aber dann haben wir hier soweit erstmal hier Platz. Der hier soll das Ganze eigentlich ja separieren. Warum arbeitet der nicht? Weil er keinen Strom kriegt. Logischerweise. Dann, äh, machen wir mal ganz kurz folgendes. Ach nee. Ah doch, können wir auch ruhig so machen. Mal gucken. Mal versuchen mal, wenn wir das mal so speichern, ob wir dann gleich vernünftig reinkommen. Ja, das ist alles ein bisschen planen. Bauen wir den Block schon mal ab. Und probieren mal folgendes. Wir bauen den mal ab. So, und jetzt setzen wir dich einfach mal hier hin. Kriegt der jetzt schon, der kriegt scheinbar schon RF. Wobei hier natürlich nichts angezeigt wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt funktioniert. Ähm. Schauen wir mal. Zack, wir gehen mal rein. Und jetzt startet er wahrscheinlich erst den Motor. Fühlen wir da wie gesagt nicht so ganz so. Ja, er arbeitet. Hydrogen 800, 900, schneiden wir mal kurz raus. Warten wir jetzt mal so zwei, drei Minuten und gucken mal, ob das funktioniert. Wenn nicht. Wenn nicht, müssen wir mir echt überlegen, ähm, wie wir das Ganze hier chunkloten können. Weil, das ist natürlich blöd, dass die, ähm, dass sie hier soweit zwar angezeigt werden, aber dass die im Prinzip nicht weiterarbeiten. Man sieht es ja auch mit den Kabeln. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein Renderfehler ist im Prinzip. Aber, ja, man sieht ja, die Maschine müsste jetzt eigentlich gleich soweit vollgelaufen sein. Wie gesagt, wir warten mal eben kurz ein bisschen, warten wir mal so bis, bis 7,30 da oben in der Zeitleiste. Und dann gehen wir gucken. Dann müsste eigentlich voll sein. Wenn er dann immer noch so bei, bei knapp 1000 steht, hat er nicht weitergearbeitet. Was blöd wäre. Was tierisch blöd wäre. Ähm, da müsste mir vielleicht jemand mal in den Kommentaren schreiben, wie man, äh, beziehungsweise was man daran dann ändern kann. Ob es vielleicht nur bestimmte Blöcke funktionieren. Nein, 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 er ist fertig geworden. Okay. Ich habe nichts gesagt. Er hat es scheinbar geschafft. Machen wir den im Idle Mode und auch den hier im Idle Mode. Das heißt, Dumping Access. Ähm, das heißt, wenn zu viel reinkommt, dann wird er einfach rausgeschmissen. Sehr gut, das funktioniert. Wunderbar, die Maschinen arbeiten, so wie ich das ganz gerne hätte. Ähm, so, jetzt muss ich mal eben kurz gucken. Jetzt haben wir hier, haben wir linke Seite Hydrogen. Und auf der rechten Seite Oxygen. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie man, wie, wie rum wir was jetzt brauchen. Da muss ich jetzt erstmal in mein schlaues, in mein schlaues, schlaues Büchlein hier gucken, wollte ich fast sagen. Ähm, genau in den Pellets. Und zwar Oxygen brauchen wir für den letzten. Das ist ja easy. Da kommt auch nochmal Oxygen nochmal wieder mit raus. Okay, interessant. Wir brauchen Liquid Italien. Äh, Italien, äh, Italien, genau. Dafür brauchen wir den Condensentrator. Dafür brauchen wir nochmal, ach, wir brauchen Biofuel. Hier brauchen wir das Hydrogen für. Okay. Das ist natürlich blöd, dass die Maschine jetzt falsch rum steht eigentlich, ne? Eigentlich ja. Ja, das heißt, also wir nehmen die Maschine nochmal ganz kurz. Und setzen die nochmal ganz kurz eben um. Und zwar in diese Richtung. So. Jetzt kommt an der rechten Seite Hydrogen raus. Das heißt, das können wir im Prinzip in den ersten, das erste Gerät schafft hier reinstecken. Das heißt, also hier kommt jetzt Hydrogen rein. Und da brauche ich jetzt, ich muss mich jetzt nicht recht entsinnen, das Biofuel wahrscheinlich. Äh, ne. Stopp. Genau, hier brauchen wir nochmal Wasser. Ah, okay, alles klar. Hier brauchen wir jetzt nochmal Wasser. Das ist aber gar nicht so schlimm. Wir können ja hier das Fluidkabel nehmen. Das hier stellen. Und hier könnten wir zum Beispiel sagen, Fluids unten. Und gefüllt. Perfekt. Jetzt brauche ich hier nur das, äh, hier braucht das Biofuel, ne? Hier brauchte ich, ne, hier brauchte ich das Biofuel. Was brauchte ich hier denn? Doch, hier brauche ich bei Biofuel für. Und da kommt dann das, ah, da kommt dieses Substract raus. Und das brauche ich dann wiederum bei dem letzten Schritt, ne? Genau, das Substract bräuchte ich dann beim letzten Schritt nochmal, okay. Dann können wir jetzt ja im Prinzip hier Italien herstellen, wenn wir Biofuel haben. Biofuel ist im Prinzip, brauchen wir noch den Crusher für. Aber soweit funktioniert das Ganze hier schon mal. Nice. Das heißt, hier kann ich dann im Prinzip den Rotary Condensentrator hinstellen. Der dann aus, die Concentrate, Concentrate, okay. Ich glaube, hier müsste dann das, was hier drin ist, da drin landen und dann hier rauskommen. Und das müsste dann hier drin hoffentlich weiter bearbeitet werden. Dann brauche ich den hier zum Beispiel nicht mehr. Und dann müsste ich eigentlich nur noch gasförmisch. Wollen wir dann jetzt Gas. Das müsste das dann sein. Perfekt. Müsste ich dann im Prinzip einmal hierhin arbeiten. Das Ganze mir einmal hier rüber holen. Einmal runter und hier reinstecken. So, kommt das jetzt hier auch drin an? Scheinbar nicht. Hä? Das fließt doch hier, das ist doch gasförmig. Das fließt doch auch hier rein. Wird auf jeden Fall so angezeigt. Ähm, einen Augenblick. Was haben wir jetzt hier? Gases. Output. Ah, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Stars, hab ich doch gesucht. Brauchen wir natürlich als Input stehlen, nicht als Output. Nice. Nice, 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 nice. Sehr cool. Das Problem ist, theoretisch könnten wir sogar sagen, weil hier kommt ja was rein. Beziehungsweise hier ist ja noch ein Output. Den könnten wir theoretisch auch nochmal hier wieder reinfließen lassen, weil hier brauchen wir eh Oxygen wieder. Also theoretisch könnte man, ähm, ähm, das folgendermaßen noch machen. Man sagt jetzt zum Beispiel bei dem, bei den Gas nach unten hin ist ein Output. Und lässt das hier nochmal dahin fließen. Das Kabel brauche ich dann nicht. Das heißt dann nachher beim Herstellen, ähm, wenn hier sozusagen Oxygen wieder rauskommt, fließt das automatisch hier wieder mit dazu. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Habt ihr nicht so das Gefühl, dass das gut aussehen sollte? So, das heißt, wir machen jetzt mal Biofuel, dafür brauchen wir erstmal einen Crusher. Den Crusher brauchen wir dafür. Perfekt. Haben wir alles richtig gemacht soweit. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und es ist bloß ein Platz. Ein Platz für diese gesamte Monster-Maschine. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut, dann, ähm, gucken wir uns mal ganz kurz eben den Crusher an. Wo haben wir ihn? Äh, da ist er. Dafür brauchen wir, oh, Lava-Buggets. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einen Lava-Packets haben. Ha. Müsste ich mal gucken. Da bin ich mir nicht sicher, ob wir noch zwei Lava-Buggets bekommen. Oder ob wir mittlerweile alle aufgebraucht haben. Scheiben wir mal aufgebraucht. Hier sind auch keine mehr drin. Dann lasst uns doch mal fix welche herstellen. Ich glaube, die waren falsch, ne? Wir brauchen die, die Gesamtblöcke dafür. Nicht die einfachen. Die brauchen wir, glaube ich, ne? Nee, stimmt gar nicht. Wir brauchen nicht die, weil das sind ja die, die hier angezeigt werden. Die brauchen wir dafür. Vier Stück. Und dann müssen wir eben ganz kurz Lava herstellen. Da war auch noch keine wirklich gute Methode für, für Lava, fürs Lava herstellen. Aber es geht auch relativ zügig, wie ihr seht. Mittlerweile mit dem richtigen Block unten drunter. So, ein Eimerchen haben wir schon. Und da haben wir auch den zweiten Eimer. Nice. Dann haben wir die beiden fertig für den Crusher. So, Rest kurz wieder raus. Ähm, was brauchen wir sonst noch? Zwei von denen. Und den Dings. Eins, zwei von denen. Äh, Steel und Glass brauchen wir dafür. Und ein Osmium. Und ein Osmium. Okay. Das Ganze einmal zusammengebaut. Zwei weiteres Redstone. Und dann sollten wir den Crusher fertig haben. So, und Biofuel können wir wiederum, ähm, ähm, Biofuel. Hauen wir es dann hier da. Können wir im Prinzip mit jeglichen Arten von, ähm, pflanzlichem Material. Obwohl hier Weizen gibt es zum Beispiel sogar schon vier mit einem Durchlauf. Oh, Pumpkins geben sogar sechs. Äh, aber ansonsten können wir fast alles, alles nutzen, was, was irgendwie, irgendeine Art von biologischem, äh, Zweck, sag ich mal, hat. So, dementsprechend kommt der jetzt einfach mal hier mit dahin. Machen wir mal ganz kurz eben alles aus. Sehr schön. Und dann suchen wir uns mal eben hier kurz unseren, unseren Biozweck. Wie zum Beispiel hier Weizen nehmen wir jetzt einfach mal, weil vier kommt bei raus. Und bei 14 Stück ist das eigentlich, glaube ich, eine ganze Menge. Ah, natürlich auch wieder keine Speed-Upgrades. Die müsste man vielleicht noch mal eben, eben kurz herstellen. Aber, ja, das kriegt man eigentlich auch noch mal offscreen, glaube ich, ganz gut hin. Wir nehmen mal die vier Stückchen mit. Bewegen uns einmal kurz in den Cube rein. Und dann gucken wir mal, ob wir da eventuell so ein Palette hergestellt bekommen. Mit unserem kleinen Setup hier. So, gucken wir mal hier rein. Der geht einmal hier rein. Sehr cool. Die arbeiten. Wups. Die kommen hier an. Mal gucken. Kommt hier was an? Hier kommt scheinbar nichts an. Hier ist auf jeden Fall Italien drin. Okay. Wenn ich es andersrum mache. Auch falsch. Gut. Dann würde ich sagen, hängt diese Maschine noch einmal falsch. Dann müssen wir die noch einmal einmal umdrehen. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber okay. Kriege ich auch hin, irgendwie. Vielleicht so. Macht ihr jetzt was? Immer noch empty. Scheint immer noch falsch rum zu hängen, ne? Hängt immer noch so rum. Okay. Hm. Wie rum musst du hängen? Wie rum? Wie rum? Wie rum? Das können wir mal ganz was gucken, ob wir irgendwie einen Unterschied erkennen. Nicht wirklich, ne? Es gibt kein wirkliches erkennbares, erkennbares Zeichen, wie rum das Ding hängen muss. Haben es gerade so probiert. Obwohl. Haha. Wir probieren es nochmal ganz kurz aus. Ich weiß nicht, ob die Seiten nicht. So, aber das ist jetzt ein Gas, ne? Gas. Output. Okay. Fluid. Fluid. Ach, Auto-Eject soll man vielleicht. Ah, Auto-Eject on fehlte noch. Okay. Und dann kommt hier Liquid raus. Perfekt. Nein. So rum stimmt schon. Ja, hier kommt das Liquid Italien raus. Perfekt. Aber das Liquid Italien wird nicht automatisch hierin übertragen, weil Liquid Fluids hier nicht als Eingang deklariert ist. Auto-Eject. Can't Eject. Okay. Im Prinzip brauchen wir nur hier den Input. Okay, ich glaube, ich muss das eine Mal noch kurz nach rechts setzen, ne? Hier kommt auf jeden Fall schon mal was an. An der Stelle. Aber es wird nicht hier übertragen, weil wir keine Möglichkeit haben, das rüber zu transferieren. Okay. Kein Problem. Dann machen wir mal folgendes. Dann machen wir mal einmal kurz den hier. Einmal kurz den hier. Dann nutzen wir doch die volle Breite des Cubes hier mal einmal aus. Rf. Das hätte man noch um die Ecke bauen können. Da hat man noch ein bisschen mehr Platz gehabt. Aber was soll's. Brauchen wir alles nicht. So, der kommt hier hin. Und das sind die Gasteile. Die werden einmal hierhin kommen. Sehr schön. Das passt soweit. Okay. Fühlt sich gar nicht. Interessant, interessant. Und dann brauchen wir im Prinzip noch einmal die Fluid-Geschichte. So. Und dafür brauche ich jetzt nochmal ganz kurz eben den hier. Aha. Tada. HDPE-Pallet. So. Das war doch schon eigentlich die ganze Quest, die wir machen mussten. Sehr, sehr mühselig und ein bisschen aufwendig. Ähm, aber ich denke mal, wir haben es relativ gut und cool gelöst. Wie gesagt, wenn man mehr machen möchte, kann man diese Maschinerie dort auch eigentlich relativ simpel nutzen. Und, ähm, oh, wir haben irgendwas freigeschaltet. Da muss ich doch gleich mal erstmal kurz gucken in meinem Büchelein. Was haben wir denn da schönes freigeschaltet? Ich weiß es gar nicht. Müssen wir gucken. Erstmal hier Claim, was das Zeug hält. Und noch irgendwas Claim. Scheinbar nicht. Ach, krass. To Space and Beyond können wir jetzt, äh, können wir jetzt machen. Wollen wir aber gar nicht, beziehungsweise brauchen wir noch erstmal gar nicht. Denn wir müssen ja erstmal hier Reborn Technology, da wollen wir hin. Dafür müssen wir jetzt noch Industrial Revolution machen. Und ich würde sagen, das war eigentlich heute eine, eine sehr, sehr gute, gute Folge. Äh, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn's euch gefallen hat, wie immer, lasst doch einfach ein Like da. Oder share das mit einem Freund oder schreibt einen Kommentar oder ich weiß es auch nicht. Macht einfach irgendwas. Ähm, ihr wisst schon, dass was am besten ist. Und, ähm, ja, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge hoffentlich wieder mit einem spannenden neuen Thema. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.